So Freunde, da bin ich wieder. Ähm, ja, ähm, ich hab jetzt mal den Prozess hier gesucht. Boah, was kommt denn da? Da kommt schon einer. Ich hab jetzt mal den Prozess hier gesucht und das war, ähm, irgendwas mit Cortana, was da mein Rechner so zu laggen gebracht hat. Und, äh, deshalb... Ich hab den jetzt erstmal beendet, den Prozess, und... Ach du Scheiße, da ist einer, okay. Oha, da würde ich sagen, geh bitte erstmal an diesem Ding da hoch, ja? Schaffst du das, Ayam? Schaffst du das, Renn, da hoch? Probier's mal. Ja, alles klar, das ist schon mal gut hier. Ich muss mich nämlich immer auf den Dächern aufhalten hier. Da ist er nämlich. Seht ihr den da? Ja, gut, ähm, gut, dann. Mach ich den jetzt kalt. Ich spring runter und kill ihn gleich. So, und... Kill ihn! So, da ist... Irgendeiner ist hier grad in Alarmbereitschaft. Ich find's aber krass, Freunde. Ähm, dass das Level hier direkt weitergeht, Freunde. Krass, ja. Wie gesagt, also, das Item, was Ayame da grad eben in der Cutscene verloren hat, sind die Schwesterglöckchen, Freunde. Da ist der nächste. Da ist noch einer. Okay. Ähm, die sind von Prinzessin Kiku. Und das ist quasi das Symbol für die Schwesternschaft der beiden. Genau. Gut, dann geh runter und... Nein! Verdammt! Scheiße! Verdammt! Verdammt! So, ich... Ah! Mann, ey, geh doch da hoch. Die geht nicht da hoch irgendwie. So, jetzt. Okay. Die kann so weit hoch gucken. Ernsthaft? Ja, dann... Scheiße. Ja, das... Die Statistik ist verkackt wieder. Ist wieder verkackt. Scheiße. Oh Gott. Ah, jetzt hängt das schon wieder manchmal. Ich hab den... Das ist doch beendet. Die kann echt so hoch gucken. Das ist krass. Wie weit die Gegner hier gucken können. So, ähm... Und jetzt! Weg mit dir! So, kill von oben, ey. Falling Rock. So. Alles klar, weg mit dir. So. Da ist schon die nächste da hinten. Oh, Mann. Ist echt nicht ohne, das Game. Echt nicht ohne. Aber es macht Spaß. Auf jeden Fall. Ah, das meinten die. Ja. Das meinte der Jigo. Wenn ich runterspringe... Kann ich euch mal zeigen. Ah. Irgendwie geht's gerade nicht, weil die wieder nicht da hoch geht. So. Wenn ich hier runterspringe... Jetzt geht doch da hoch. Was soll denn das? So. Wenn ich nämlich von hier runterspringe... ...ist der normale Move so. Und, äh... Das macht Geräusche. Wenn ich, äh, mit diesem... Wenn ich runterspringe und dann, äh, diesen... Ah, jetzt geht doch da hoch. Mensch, ich will euch was zeigen. Wenn ich das da runterspringe und dann... ...ne Rolle mache... ...ist es so. Also, das macht dann keine Geräusche. Ich glaube, das war gemeint, ja. Und Jigo. Vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. So. Ah, da ist schon die nächste. Geh doch da hoch. Warum geht der nicht da hoch? So. So, verdammt. Okay. Alles klar. Was? Wo? Wo? Wie? Was? Wer? Wer? Das ist aber eine Unschuldige. Ja, ja. Das ist eine Unschuldige. Die muss ich nicht töten. Nein, nein. Uh. Okay. Oh, runtergerollt. Klassischer Fail. Ja, toll. Super. Jetzt ist erst recht vorbei. Hier. Versteck dich mal hier hinter. Mal gucken, ob das geht. Ja, ja. Das klappt. Sehr gut. Klassischer Fail, Freunde. Runtergerollt. Ah. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eigentlich will ich auch gar nicht hier unten sein. Ich muss auf die Dächer hoch. Ich sehe gar nichts, aber geht schon. Ja. Hallo? Warum gehen die nicht direkt da hoch? Ah. Mann. Nur weil die wieder nicht da hoch geht. Oh, schaut mal, die Aussicht. Richtig cool. Ja, tausendmal entdeckt. Ja, das wird wieder, äh. Das wird wieder nix von der Statistik her. Aber es macht einfach Spaß, Freunde. Also, wie gesagt, erwartet nicht, dass ich jetzt hier so mega Pro jedes Level Großmeister schaffe. Das machen wir schon wieder. Wer denn wieder, ey? Da hinten in der Ecke war noch eine Frau. Ja, ich weiß. Alter. Das ist krass schwierig, ey. Wer denn? Ist da noch jemand? Nein. Wer sieht mich denn hier andauernd? Wer hat mich da schon wieder entdeckt? Jetzt gerade. So. Ähm. Ah. Lex. So, kann ich jetzt... Geh mal da hin, bitte. Da hoch. Ah. So. Boah, ist das... Das ist... Da ist eine. Gut. Die werde ich als erstes mal killen. Müssen wir bitte nicht wieder runterrollen, ja? So, und... Nein! Ah, die war zu weit weg, ey. Ich Idiot. Ja, kill mich ruhig, ey. Verdammt nochmal. Mann. Ja, das ist noch einer, ey. Alter. Das gibt's nicht, ey. Das will mich... Das Spiel will mich doch jetzt in diesem Level schon wieder richtig abfucken. Verdammt. Was macht der denn? Alter. So. Ah. Verdammt. Verdammt, scheiße. Hau ab, Mann. Ich hab keinen Bock auf euch hier. Äh. Ah. Meine Güte, ey. Boah. Was ist das denn? Ey. Wo ist der schon wieder? Boah. Krass, der ist bis hierhin gefolgt. Alter. Der hat sich geheilt. Krass. Die haben Heiltränke. So. Jetzt bist du aber weg hier. Weg mit dem Spasti. So. Ja. Ich hab nur noch, äh, 33 Hit-Points. Äh. Oh. Verdammt. Ruckel. Verdammte Kacke. So, einer ist schon mal weg. Will ich jetzt aber wenigstens alle hier töten, Freunde. So. So. Ja, ich dachte ja, schön einfaches Dorflevel. Aber nö, nö. Das ist schon anspruchsvoll hier. Das ist schon anspruchsvoll, wenn selbst die Dächer nicht... nicht mehr sicher sind, ey. Da unten. Ich weiß nicht, ob die mich hier sieht. Sieht die mich hier oben? Die hampelt rum. Sieht die mich hier? Ne, eigentlich nicht. Ne, eigentlich können die nicht auf die Dächer. Na und? Ja, Mann. Schon wieder eine. Ach, das ist eine unschuldige. Ja, scheiße. Ah. Verdammt. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Hier ist nur, wenn ich runtergehe, werde ich entdeckt. Ja, super. Wieder eine scheiß Statistik. Aber was soll's, Freunde. Ich glaube, ich versuch... Ich, äh, höre jetzt auch mal auf zu versuchen, hier jedes Mal einen Großmeister zu kriegen. Das kann ich eh vergessen. So wie das hier aussieht. Tss. So. Egal. Ich glaube, dann gehe ich jetzt mal zum Zielpunkt. Wenn ich... Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Bosskampf mehr machen muss, ey. Ah, hier drin. Okay. Alles klar. Oder was? Hä? Ja, ich bin doch hier. Hä? Hallo? So. Hier oben. Oder was? Ah, was? Was? Kann man hier rein? Das wär's ja. Tatsächlich geil. Okay. Geil. Ach du Scheiße. Noch eine Map. Oh, Leute. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Dann kriege ich noch nicht mal einen Heiltrank. Ach du Scheiße. Alter. So. Nur mal die Musik nachzumachen. Genau. Also, was ist denn das hier? Hier ist auf jeden Fall nichts. So. Die Mucke, ey. So. Hier unten? Hier unten. Ja, ja. Hier unten ist... Äh. Soll ich mal... Ich schmeiß jetzt mal den Giftreister runter. Mal gucken, ob es was bringt. Ob ich den dann von oben killen kann. Den Gegner, der da unten ist. Den interessiert das nicht. Uh. Boah. Okay. Ja, gut. Alles klar, dann. Äh. So. Ach. 60. Ja, aber wo denn 60? Wahrscheinlich hier hinter, hä? Boah, Alter. Das könnt ihr mir doch nicht antun, Leute. So viele Level. So viele kleine Level. Da kommt einer. Da kommt auf jeden Fall einer. Ich hab hier zwei Medipacks. Seh ich gerade. Oh, Gottes Willen. Aber ich kann... Oh. Okay. Da kommt einer. Hier vorne. Oh, ne Frau. Kommt die hier rein? Nein, die kommt hier rein. Oh. Oh, Gottes Willen. Oh. Oh. Wenn die jetzt hier hochkommt, ne? Ne. Okay. Alles klar. Sehr gut. Dann. So. Weg mit der. Rithing Snake. Neuer Kill. Okay. So, dann. Ich brauch die Schriftrollen. Okay. So. Wisst ihr was? Äh, ich hab ja nur zwei Medipacks. Die hab ich gar nicht gesehen. Dann nehm die mal bitte. So. Sind wir jetzt zumindest wieder einigermaßen voll hier. So. 64, 65, 66. Ja. Sie hat's entdeckt. Okay. Alles klar. Hau ab. Kommt die hier hin? Warte mal. Schmeiß mal den Giftreister hin. Ah, fuck. Nein. Oh, verdammt. Ich hab's doch nicht gesehen. Ah. Hätte ich nicht machen sollen, ne? Ah. Und direkt weg mit dem. Weg mit dem Spastik. Nein. Weg mit dem. Ah. Ja, komm. Ah. So. Mann. Ah. Ich hab's doch nicht gesehen, Freunde. Verdammt. Na ja, gut. Das war auch ein bisschen dumm von mir. Ich bin da einfach so reingelaufen. So. Jetzt probier mal. Was ist das? Was ist das? Ah. Ach du. Ah. Okay. Die Frage hat sich ihr übrig. Ist es ne Bombe? Scheiße. Okay. Ach du Scheiße, ey. Mega Abfucklevel, ja. Boah. Nicht schlecht auf jeden Fall. Nicht schlecht. Moment. Es kann sein, dass der... Ah. Da. Okay. Da ist noch einer irgendwo. Schmeiß mal bitte den Giftreiß da rein. Ja. Okay. Ah, gut. Brech das einfach ab. Ich hab zu viel Schiss hier drin. So. Oh. Die... 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 Verdammt. Die Schriftrollen. Ich wollte die Schriftrollen haben, aber... Ah. Verdammt. Boah, das macht aber Bock, ey. So. Immerhin hab ich jetzt hier ein Medipack schon mal. Ja. Die Statistik wird wieder rot, aber ist... Nichts zu ändern momentan. Nichts zu ändern momentan, irgendwie. Hä? Wo ist denn... Ah, okay. Hol die Schriftrolle. Mann, ich wollte nur die Schriftrolle. Verdammt nochmal. So, kommt der jetzt hier hin oder was? Kommt der hier hin gerannt? Ne, alles klar. Okay, sehr gut. Hui, also das Level, das zieht sich, glaube ich, auf zwei Parts. Äh, jo. Richtig schwer, Freunde. Richtig schwer. Aber was will man erwarten? Das ist der vierte Teil von Tingshu. Tch. Da ist... Boah. Da ist es nicht mehr so einfach wie im zweiten. Ne, ne. Die Kamera hier, die ist aber auch... ...nicht so ganz hilfreich, ja. Ah, schmeiß mal den Giftreis da irgendwo hin. Nein. Ah, jetzt geh weg. Verdammter Typ, ey. Hol dir den Giftreis und wenn du da jetzt... ...rumkotzt, dann töd ich dich, ja. So. Und? Boah, das war knapp. Der hat mich kurz gesehen, aber... ...es zählt, glaube ich, noch als Stealth Kill. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Alter, was ist denn hier? Krasse Treppe, ey. Da oben. Alles klar. So. Da geht der. Nein! Schon wieder zu knapp. Schon wieder. Nein, roll doch nicht da rein! Ja, toll. Du möchtest nicht lebenswerfen! Dann... Mann. Penner, ey. Verdammt. Ah, den hätte ich doch einfach killen können, ey. Naja, gut. Gibt's hier ein Item? Hier gibt's ein Item. Was soll ich denn damit? Eine Wasserflasche. Okay. Oh, die Grafik hier sieht geil aus, Freunde. Schön mit, äh, Glanz überall hier. Glanz poliert. Äh. Geht's irgendwo rein noch? Moment. Ich will das mitnehmen. Ich will alles hier mitnehmen. Wenn ich schon nicht alle... Wenn ich schon keine perfekte Statistik hab, will ich... Will ich möglichst alles mitnehmen. Was gibt's denn hier noch? Ah, ist trotzdem. Ja, okay. Hm. Ah. Right there. Does that feel good? Ooh, yes. I'm so relaxed. Huh? Oh, what's the matter? My body. I can't move. Oh, my body is my body. And I shall take you to paradise. Oh, my body. Oh, my body. Gott sei Dank, ey. Einen weiteren Boss Kampf hätte ich das nicht geschafft. Huh? Ah. Ah. Äh, okay. Rin, lass uns gehen. Geh weiter. Ich werde dich aufhören. Was passiert? Es ist etwas, das ich mir vorhanden muss. Okay, schau dir nach hinten. Die Katzlin, die war ja von unten. Was wäre denn passiert, wenn ich von oben reingegangen wäre? Die kenne ich noch, die Türen hier. Ja. Die kenne ich noch, die Türen. Von Wrath of Heaven. Na komm. Geh da durch. Oder bin ich schon außen hier? Ah, das ist ein Gegner direkt. Krass. Okay. Ja gut, dann... Ja, geil. Okay, sehr gut. Zack. Falling Rock, ja. Boah. So. Alles klar. Zwei Rollen? Oder drei? Drei Rollen. Oh, Freunde, es geht noch weiter hier. Oder ist hier Dead End? Hier ist Dead End, okay. Nee, dann... Oh. Oh. Diese Ruckler hier, ey. Gibt es hier irgendwas für mich? Hier drin vielleicht? Aber die kann ich noch nicht mal kaputt machen. Schade. Ah. Ah, jetzt... Ah, ich will es gar nicht sehen, Freunde. Ich will es gar nicht sehen. Und? Wie scheiße war es wieder? Ja. Scheiße. Minus 17. Diesmal lag es aber nicht an den... Äh... Ja, doch, eigentlich schon. Eine Minute. 144. Doch, eigentlich schon. Ähm... Diesmal lag es auch an den 14 Mal entdeckt. Das war ein bisschen scheiße. Habe ich aber alle gekillt? Innozenz killed. Einen habe ich vergessen. Einen habe ich vergessen, Freunde. Das war doch mal ein richtig cooles Level. So, wir kriegen unsere nächste Fähigkeit. Schauen wir mal. Aero-Block. Diese Technik allows Ninjas to deflect any incoming enemy projectiles. It is thought that Ninjas possibly possess this skill, but it seems unlikely, as it would become more effective to dodge arrows and continue, rather than stop. Wow. Aber es macht mir halt Spaß, ne? Und ja. Jut, Freunde. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mal sagen, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit wahrscheinlich wieder Ayame, ne? Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschü, tschü.